Was ist hier? Ich muss gleich mal ne Runde in dem Honig baden gehen, ey. Oh, das ist nur noch zwei Dinger. Leifrucht liegt hier oben. Kann sich einer bedienen. Ja, mal so nur durch. So, was brauch ich wieder nicht. Das brauch ich nicht. Strahletrank. Da Chili. Oder Maus. Nehmt Trank. Dann Cedar Meer. Ist auch so genug. Ja, aber dann, wenn es unsichtbar ist, weil... Meine Wettbewerb ist voll. Federsturztrank. Mal noch schönen Trank rein. Ja, war dann, nämlich den... Schmorgoni kann weg. Silberbahn kann weg. Die Truhe kann weg. Der Matsch kann weg. Gabi nade. Werfen wir einfach ein paar Scheiß drauf. Oh, da sind die viele, Mann. Übelst viele was. Oh, da unten. Ja, da bin ich noch gar nicht hingekommen. Oh, da nimmt das mit. Ich hab noch Platz im Inventar. Ich hab keinen Platz mehr. Erstmal hier am Abbauern. Oh, da ist Plantera. Nix bescheides, aber... Naja, okay. Ist hier so auf jeden Fall was, Juli? Wo ist hier? Oh, da ist noch Plan... Da ist noch mal Plantera. Ja. Ah, da, ich seh's. Okay. Oh, ist mein Trank ausgelaufen. Oh, okay. Hier ist noch einer. Ja, warte mal. Masu, hier. Nimm du den dann. Ne, ich hab noch welche. Achso, okay. Mein Höhlenvorschlang, ne? Achso. Na, das ist ja der Strahlendrank. Na, komm. Na, komm. Ah, okay, so ich. Und was ist denn der Kiste drin? Ah, ein Spiegel. Wieder mal. Aber ehrlich, die nächsten Spiegel können wir verkaufen, ey. Wir haben fünf Stück überflüssig schon. Ja. Mehr als vier will ich sowieso nicht. Rest wird eh verkauft. Da ist ne Pilz-Biom-Kiste. Hier oben ist noch ein bisschen was. Wurden wir uns mal zum Pilz-Biom durch. Oh, Tschöli, bei mir ist auch was. Ja, jetzt geh ich erst einmal hoch die Nase. Da laufen runter weg. Will ich... Gibt's dann bestimmt auch noch ein paar andere Wege, hab ich gesehen. Da seh ich grad auch noch ein kleines Stück. Wo dann wohl auch einiges wieder versteckt ist. So ein kleines Stück. Da, ähm... Links da, da ist doch so ein... Dicker Pfad. Und da unten drunter sieht's aus, als wär da ein Gang. Noch ein Spiegel. Hä? Weißt du? Da. Genau da. Alter. Oh. Hier ist was. Aufpassen. Da unten ist was. Da unten ist ne Truhe. Ja, das... Ja, ich seh's auch grad da hinten. Nehmen wir mal das grüne Segment. Aha. Achso. Von dir auf und da. Ja, die Truhe die ist fast leer. Weil ich hatte für den einen Gravitationstrank noch nichts. Ich muss zuerst ein bisschen... Ah. Da oben die zwei zu ruhen, die hol ich mir auch. Okay, kleine Zwischenbilanz, ähm... Viertes Deck hat angefangen. Äh, hier. Rüben ist noch was. Das kommt weg, das kommt weg. Dschungelrose sollte ich mitnehmen. Mechanische Wurm, Biegun, Goldbomb, Wurfmesser können weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja, Entschuldigung, bei mir ist auch ganz viel. Ich hab jetzt keine Bomben, die mal da durchzubomben, ein Stück. Wo? Ja, bei Maso, weil er so'n scheiß... Oh. Weil er so'n scheiß langes Vieh ist. Noll, Maso, warum machst du Feuerschaden? Ich hab das Ding in, oder? Geh mal weg, Maso, geh mal weg. Maso, geh mal weg. Maso. Ja. Warum? Jetzt ist es eh schon egal, jetzt so tief kommt das Vieh nicht. Oh. Du weißt schon, wir bekommen dadurch keinen Schaden. Ja, mir... Ja, ich weiß, mir ist das auch wieder eingefallen. Wir bekommen dadurch gar keinen Schaden. Echt? Ja. Ja, nur wenn du da selber schießt und da drinnen stehst, kriegst du von deinem eigenen Bomben Schaden. Ein anderer da schießt, dann kriegst du keinen Schaden. Sein ist P4P der anderen. Da ist schon wieder. Guck mal, ich geh jetzt erst mal hoch. Da käme. Wie ein Nest. Da käme, wo genau? Komm. Komm hoch. Ah, da. Okay. Siehste gleich. Oben und unten. Ja. Da ist auch noch was. Äh, das ist Mithril. Das ist... Nee, da hier. Hier. Da, wo ich draufstehe. Ach, da das kleine. Ach so. Ach, da drüber. Ich habe auch das rechts daneben gebeten, aber da war da trotzdem was. Alles so. Boah. Da kennt ihr wirklich... Was? Was? Hier ist auch noch was. Dein Ding, was wir dann auch brauchen, sind, äh, Dingens hier. Ähm. Was? Für mein Zett brauche ich, ähm... Fünf dritten Panzer. Ah, fuck. Chidi, du kommst dann hoch zu mir. Ich habe gerade eine Höhle im Forscher Trank genommen. Aus Versehen. Welche Höhle willst du denn erforschen? Äh. Deine eigene. Ich weiß nicht, ob du das immer noch Witze finden solltest, Chidi. So. Ist bei dir was oder wie? Ja. Ich muss nur kurz hingraben. Na, komm. Guck dir mal Deckung mit dem Schlägen. Da oben ist was. Da oben sind so kleine Pissstellen. Vier Stück. Die siehst du ja. Aha. Alter. Dann da unten ist auch was. Ich guck grad weiter. Oh. War so, war bei dir noch was? Ja. Ganz viel, aber stark. Oh, ich bin gleich auf mich. Ah, da ist noch eine Live- Eine Live-Foot. Der hat dann... Bist ja du... Ach ne. Du bist glaub ich auch ja hoch dann zum... Wer ist? Ah, ich stück da. Ey, Maso. Wurunter. Ah, da ist auch... Seh ich kurz... Oh, da ist auch eine Live-Foot. Ja, da war... Kurz... Da ist gestorben, bin so schräg nach rechts. Dann habt ihr eine, dann kann ich meine nehmen, ne? Die ich gefunden hab. Ja. So, Titanium-Ohr. Und die... Ah, ich komm mal zu dir, Chili. Okay. Die Wurfmesser können weg, die Pilze können weg. Äh, da rechts ist auch noch was, Chili. Da rechts? Da, hier. So. Oh, sogar gar nicht mal wenig. Ganz ehrlich, ich glaub das reicht sogar jetzt schon bald. Wollte lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Wir müssen dann auch unbedingt ein paar Schildkritten knallen. Klingt so falsch. Ja, irgendwie schon, ne? Aber shit happens. Ah, da ist noch ne Truhe. Oh Gott. Heiltränke weg. Dornentrank. So. Wasserlauftrank nehmen, einen weg. TNT irgendwo hinwerfen. Pfff. 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 Was bist du fürn Erz? Pfff. Ah, das sind Topars. Pfff. Ähm, die bleibt irgendwo vor. Ich hab mir mit noch ein paar Schildkröten gerade mal. M proszę, sollte ich dir sagen, was es jetzt bitte wäre? Was denn? Wenn es so wäre wie gestern, dass Outer City nicht anging. Das wäre echt besser. Ja. Ja, weil gestern habe ich es vier oder fünf Minuten aufgenommen und da ist Outer City dann nicht angegangen. Da habe ich mir dann den Feenstaub gefarmt. Ah, jetzt ist mein Trank auch zu Ende. Ich habe auch keine mehr. Ich würde fast sagen, wir machen da noch erstmal eine Zwischenbilanz, um zu wissen, wie viel wir jetzt erstmal haben. Ja, ich gehe da nicht zurück. Ich baue das Titanium noch ab. Töte die Schülkröte da oben noch. Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, es reicht sogar. Wir haben eins, ne, ach ne, wir haben da doch eins, zwei, drei, vier. Lol. Ich konnte... Ich hinterfrag's nicht. Alter. Ja, ich gucke mir das Pilzbjog noch kurz an. Vielleicht findet man ja noch irgendwas, was man brauchen kann. Das sieht zwar jetzt nicht so aus. Achso, du bist da linklang gegangen, okay. Was ist das für ein Trank, Dornhauttrank? Äh, ich... Bei mir ist auch noch irgendwo was. Ich glaube auch nicht gerade wenig. Ich bin aber... Muss aber gerade gucken, wo das ist. Achso, stimmt, du kriegst ja keinen Schaden dadurch. Willst du die töten? Eigentlich nicht, ich wollte eigentlich nur meine Dingens loswerden. Da oben ist was, Chili. Da auch wieder ein paar Bomben, ui. Ne, das ist mit Tritt. Da an der Seite aber. Ja, wo ist denn das andere? Ah, hier ist was. Ne. Da ist es. Ach ja, und ich hab eben auch noch eine Live-Fucht gefunden. Da, Chili, bei mir ist auch was. Kannst du auch noch mitnehmen. Aha. Moment. Moment. Ach. Ja. Wo? Wo die Fackel hängt. Ah, da ist auch ein Live-Kristall. Aber mitnehmen. Und ne... Ne Statue. Scheiße, für die habe ich keinen Platz. Ja, ich nehme die mit. Ich lasse die Spinnweben da. Ja, haben wir genug von. Alter, das war damit auch mal wieder geil. Weißt du, ich habe ein Lead-Ohr. Der kann rein theoretisch auch weg. Nehme ich ein bisschen Schlick dafür mit. Ja. 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 Ich glaube, jetzt hat der fünfte Stack angefangen. Ja, ich habe 48 Gold, Alter. Ich sollte jetzt nicht unbedingt sterben. Nicht? Ja, aber lustig. Mach mal so, das haben wir doch schon. Dann ist das ganze Gold weg. Das war das. Ich will es nicht. Ich fahre mir zurück. Das Schlick. Ja, ich habe noch 140 Live. So, die Biene, du bist tot. Ne, die Biene, die sprüht, die sprühtkote ich und dann ist die Biene tot. Ja, wir haben eine Biene. Du musst dich einfach draufsetzen. Du, weil jetzt ziehst du deine, äh, deine Unterhose mal in 10 Meter weiter runter und dann ist sie tot. So, Spiegel, chill, ich bin oben. Okay. Lol. Guck. Ich habe gerade noch irgendwas. Das sind wir dich schon noch auf. Geschenk der Natur habe ich gerade noch bekommen. Ah? Geschenk der Natur, da. Oh. Ah, ja. Weniger, weniger Manner. Ja, das hatte ich im Moment, da brauche ich nicht. Oh, Allah, lecker, wie übelst. Ach, bei dir auch. Ja, das ganze Wasser. Ja, ist tot. Yay. Ne, ich weiß nicht, ich bist ein Lex gerade. Okay, dann sortieren wir mal ein. Haben wir schon dann nicht mehr gemacht. Fangen wir unten an. Wir haben hier wieder ein paar Monster-Spawner, Schnellstapel. Oh, wir hätten noch 8 Ei auf Shisulu. Schaut doch mal, ich habe in das Auge. Ja, die könnte auch unten rein. Ne, das ist nur 2 auf mir. Okay, erst mal eine Kippe drehen. Wo bekommt man eigentlich die Flair her? Meint ihr jetzt die Pistole oder wie? Nee, das, äh, die Munition dafür. Traut man die nur in den Kisten oder kann man die auch irgendwo kaufen? Das kann ich dir nicht sagen. Au, au. Boah. Das sah knapp aus, chili. Ja. Gott sei Dank konnte ich, ich habe mich in den letzten Moment wegtippelt. Ach ja, und da braucht es ja Stein, ne? Äh. Gerade nicht. Da, 3 habe ich. Wow. Meine Life-Frucht. Waren sogar 4. Schädig. Brauchst du Matsch hier? Okay, jetzt der Trommelwirbel. Wie viele Chlorophyt-Ores, sagt ihr, haben wir jetzt gefarmt? Wie viele hast du? 4 Stacks hast du. 1, 2, 3, 4, 4 Stacks und ein bisschen. Und nicht ausrechnen. Das ist lame. Warte mal, 4 Stacks hast du. 4 Stacks und ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, dass man 4 für jeden braucht, dann müssten wir ungefähr 100 Stück bekommen. Ähm, ich sehe aber gerade, wir brauchen leider 6 pro. Ja, dann. Wir haben... Dann müssten es 50. Na, 87. Okay, fast ein Stack.